Wie ist denn los? Wollen wir fangen mit der Strecke an? Ich glaube mit der Strecke haben wir noch nie in CW gestartet. So ein guter Spiel in uns auf. Ja moin. Okay, das war... Ich hab' noch ein paar Sachen, aber ich habe noch nichts mehr. Kein neutem. Moin, acht. Und auf sechs sind er die Lach? Oh mein Gott. Ich bin einverstanden. Noch drei, drei, du in die Form. Zehn. Boah. Zehn. Der hat ne Banane neben dir. Moin. Der hat ne rote hinter dir. Ja, ja. Und auf drei. Vorsicht, Vorsicht. Wer ist auf fünf? Den Sieg aus dir jetzt. Ich hab' noch roter. Ich hab' bisschen außen. Ich zieh' jetzt Cut auf sieben. Und fünf. Ja, jetzt hab' ich Windschatten gezogen. Ich zieh' Cut auf fünf. Ui, die Pexperm war auch gern. Oh, der hat ne Red. Der hat ne Triple Greens auf fünf. Aufpassen von oben. Der hat noch ne Red auf drei. Achtung. Da ist ne Banane. Da ist ne Banane. Banane mit von Items. Nein, ich hab' noch Schumbo auf vier. Ich hab' noch Triple Greens und Rupa auf drei. Der ist hinter dir, Achtung. Nein. Oh nein. Nein. Passt mich. Passt mich erwischt. Achtung, da liegt ne Bombe. Okay. Ich bin hinter dir. Dank. Nicht tröten. So. Sag mir, wenn ich drüten kann. Ich würde mich gerne trainen. Ähm, kann's. Okay. Ich bin rechts in der Planter. Ach. Okay. Du hast in Achtung. Ich komme gleich über Gras. Okay. Ich komme auf McBullet. Da ist einer mehr im Bulle da. Ich hab fünfmal Banane. Aber ich werde gleich den fünften. Sticky Green. Banane nach. Single item auf dieser Rampe. Lol. Der ist auf eins. Fünf. 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 Achtung, ich lege Banane hinter dir. Boah, die Banane eng. Banane eng. Achtung. Noch eine. Da kommt ne Greenback. Bin fünf. Ich überhole mal. Kann gleich Cut ziehen, wenn mir nicht geklaut wird. Oh, die Grünen. Nein. Die Grünen. Vorsicht. Boah, die Grünen ist auf drei. Oh nein. Oh mein Gott. Der ist mit seinen Trades durch mich bezogen. 10. 2, 3, 4. Belastend. 2, 3, 4. 9, 10, 11. Das war ungünstig. Ich kann nicht. Anfragen, wenn ihr mit Triples irgendwo durch... Was wollt ihr da vorne? 2, 3, 4. 9, 10, 11. Ich bin jetzt nicht zu fastbar. Bitte was? Zucker oder der Team. Nein. Wer will denn was? Ich will Zucker. Ich wecke Zucker. Ich wecke Zucker. Ja, na, nehmen wir Zucker. Okay, dann nehmen wir das. Ich wechsle mal auf Roy. Alles klar. Ich habe meine Körpertemperatur mal eben um knapp 200 Grad gesenkt, indem ich was getrunken habe. So. So. Let's go. Sorry, mein Mikrofon war hochgeklappt. Oh. Ja, ich habe mich schön mit Jan unterhalten, aber er hat mich nicht gehört. Oh. 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 Ich meine, stimmt. Kann ich ihn wegmachen? Ich bin weg, bin weg. Jan hat ja 5. Ah, er hat ja 5. Ah, er hat ja 5. Ich habe 6. Hinter dir. Bin 2. Heizen left. Wohle drauf. Oh. Fett. Ja, wenn er DK4 kann, er redet zu werden kann, dann kann er mich. Mal wiederholen. Schlossdoppel links. Ich habe 3. Ich bin 3. 3. 2. 3. 3. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 3. 4. 4. 4. 5. Ah, Bumerang auf 2. Ach, 4 Schuhe, ist auf 7. Achtung, ich zieh vorbei, ich hab nach meinem letzten Schuh ein Triple Green zu singen. Ah, ich hatte eine Rot. 9. Ja gut. Wir haben aber 1. Wir haben eine 5. Ja, ich bin auf 9. Ich bin auf 7. 3. Achtung, die wir auf den Ballern. Der Grüne kommt nach vorne. Ja, ja, ich bin last auf 2. Ich bin last. Äh, 5. Oh mein Gott. Wer ist hier im Geist? Ich bin 11. Ah, der meiste 4 Reds. Nein, Doppel. Ich hab keine Haltung bekommen, wenn ich fahre. Stern und Goldi. Ich bin gleich, ähm... Ich bin ein Stern auf 7, ich kacke dann. Echt? Nichts doch schrecklich, ich komme ein Goldi hoch. Äh, kratz. Oh, Scheiße. Oh, ist das Unfell. Uff. Nur wegen der Blüten. Nein, ich hab aber Pente 2 mal keine Haltungsbekommen. Einmal weiß nichts. Ähm, ja, ich bin ganz safe mit dem Stern eigentlich durch dich gefahren und hab dich offensichtlich nicht berührt. Nein, bei mir warst du eher links und ich war eher rechts, so. Okay, das ist nice. Willkommen bei Nintendo. Ich hab dich gesehen und ich war bei mir nämlich, ich hab versucht so weit rechts wie möglich zu gehen. Deswegen ist es noch absurder, dass ich bei dir links war. Aber witzig, dass es funktioniert hat. Ein, drei, vier, vier, sechs, acht, elf. Laus, was willst du zu fahren? Ähm, alt, alt. Polakreis. Ich hab mich mal wieder verklebt, Alter. Ich muss langsam ab. Auch keine schlechte Schmerz. Ja, Jan. Das wird langsam zu indisch. Ja. Ja, ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen gehypt. Es waren zwei Tage Spielpause, da bin ich jetzt natürlich ein Adrenalin gekriegt. Als hättest du nicht gespielt. Was? Hat da irgendjemand ein Handy auf dem... Das ist bestimmt Jan. Ja, das bin ich. Ist das ein Problem für dich? Ja. Definitiv. Achso, das ist ein Traum. Das ist betäubend für meine Ohren. Nein, Spaß. So. Fehlsteuer, das ist auch. Ich geh ganz links. Tür, dann. Ich geh ganz rechts. Ich hatte eine Banane auf drei. Und ich schwöre. Ich geh nicht auf den gelben Weg. Geh nicht auf den gelben Weg, sonst werde ich nicht gerettet. Ich schwöre, nimmst du noch mal mit? Oh, ich auch genau. Ich war meinst. Wer darf vier, fünf? Ähm. Ach. Hä? Okay, das war ganz strange. Oh, ich schwöre. Ohi, ohi. Hupe auf sieben. Ist da jemand von uns? Ich bin der DBA. Komm, Hupe. Vier. Komm, stopp. Oh nein. Ich bin auf zwei, aber ich weiß nicht, wie lange. Sag Bescheid. Schöne, komm, vor allem. Weg. Ja, ich bin der Bestand. Zehn. Ich schmeiß ne Banane nach vorne. Okay. Ich verzichte auf Cut. Ich geh auf Double. Romba. Patrick, noch ganz... Äh, Afto, ich bin links, ich bin links. Ich fahr mal rechts. Rechts pflanzern auf zehn. Schöne, leck dich gerade nach rechts ausrufen, weil du gesagt hast, dass du links bist. Ich bin auf sechs. Ich hab ne blaue. Gegner ist eins. Gut, ist unterwegs. Oh oh. Ah. Da ist fast der, Italiener. Lass, ich hab ne roten. Oh, Achtung, der wird greens, ja, pass auf. Ja, klar. Immer hier, warum? Weg zu feuern. Triple Schuze auf sechs. Ich bin auf sechs. Ich bin hinter dir, Bea. Cicat. Ich hab mal... Achtung, Bea, ich bin vor dir. Vier, fünf, whatever. Ich hab Alten. Ach, ich weiß nicht, was ich kriege. Vorsicht, Vorsicht. Ich bin rechts von dir, Pflanzer. Ich hab auch heute im Deck der Geist. Ich hab jetzt gleich auch vier. Alten, Pflanz, ich bin hinter dir. Oh nein. Gut. Hummer. Vorsicht, mein Gott. Da wird auch ein Reif. Ja. Wir müssen uns ein bisschen besser noch absprechen. Bea darf ihr Mikrofon nicht aufklopfen. 4, 5... Also, Patrico, wenn du ansagst, du bist links und eine Piranha-Pflanze in der Hand hast, dann gehe danach bitte nicht nach rechts, während ich nach rechts gehe. Ich bin auf rechts gewechselt wegen der Bombe von Bea. Nicht um davon zu reden. Oh, das ist natürlich ein Argument. Das ist ein Argument, ja. Wie der Rollo leider getroffen hat. Ist okay. Ja, gut. Und das ist dann mal Unglücklich. Äh, nenn das dann mal Unglücklich. Lasst uns doch mal... Twisted? Ja, Twisted. Twisted. Ja, TM, TM. Twisted, ja. Twisted, ja. Wusel, Wusel. Ja, wir haben Ahnung von seinen Jack Flicks, okay? Und ich mag Twisted. Fahrt hier bitte alle. Und ich fahre. Sowieso. Ja, fahrt alle bitte. Ich fahr rechts lang. Und dann kommt so ein Flughafen. Ja, dann fahr ich auch. Dann fahr ich auch. Dann fahr ich gerade aus. Ja, da kannst ja auch gerne Schockwägen gehen, wenn du willst, aber... Ja, aber nicht von Anfang an. Ja, sind das alles deine Schuld. Ja, ja, sind die deine Schuld, ne? Ja, ja, sind die deine Schuld, ne? Würdest du es nicht darauf beschwören sollen. Hauf ich mich. Unglaublich. So, let's go. So, let's go. Ja. 4. 5. Achtung. 1. Unschocken. 2. 1. 2. Hier auf Double. 7. 6. 7. 8. Was? Wie? Ach, komm. Gegner ist 2, bin 3. Bin red, bin red. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4, 5. Bin red. Bin red. Bin red. Bin red. Bin red. Bin red. 4. Ja, war meine. Ach, sexy. Boah. Top 3. Äh, ja, wo bist du? Ich geh in den Kummerang. Ich geh in den Kummerang. Ich geh in den Kummerang. Ja, wunderschön. Ich geh in den Kummerang. Nein, die Red geht durch! Ich bin auf zwei. Der Gegner hat noch einen Strom. Achtung. Keine alte Gegner. Triple Greens auf sieben. Sechs. Oh fuck, die sollte dahinter gehen. Ja, ich hab Glück. Sieben. Wer ist auf Taki? Sechs. Gegner auf fünf. Ich kann mich überholen jetzt schnell. Wenn jemand eine Blue hat, er hat gerade seinen Schuh eingeholt. Achtung, Rollo, bin hinter dir. 2, 3, 4. Ja, wenn du Baisen willst, ich hab Triple Greens, dann kann er nicht versuchen. Zwei bis fünf. Oh, Bananen. Ich bin auf eins. Eins, drei. Gegner hat eine Banane. Was hat zwei? Banane, Banane. Jetzt noch eine Banane. Er hat noch eine Banane auf zwei. Eins, drei, vier. Ich geh mal auf Double. Was hat er? Eine Banane. Kannst du ihn überholen jetzt? Dann kann ich ihn noch retten. Kann ich mit dem Feuer was anfangen oder wer ist hinter mir? Ich bin was hinter dir. Schade. Eins, drei, vier. Zwei, vier. Zwei, vier. Eins, drei, vier. Zwei, vier. Zwei, vier. Zwei, vier. Zwei, vier. Zwei. Zwei für recherche. Zwei, zwei, vier. Zwei. Ich würde Tic-Tac gerne nehmen. Zwei, zwei, drei. Zwei, zwei ... ich hab immer bock aus als kommt dann halt eben dran ja ich weiß nicht hast du den hast du denn auch geübt den zeug ich habe nie wirklich angegangen ich wollte eigentlich die patrick doch vielleicht wenn ich mal bock drauf auf die strecke fahrt ruhig wieder alle ich bin ach gott das dinge soll man alleine bägen geht dann ist die wahrscheinlichkeit hoch dass man einfach auf zwölf weg geschockt wird uns doch nicht alles gut alles gut ich bleibe ich bin auch ich bin auch ein ich werke beim nächsten alten kasten dann versuche noch ein paar leuten die ich stehe hier im double in dem item jetzt 7 triple greens draußen aufs ziel alles nochmal weg das ist der schock ich hab da aus dem geist raus gelassen hast du das gesehen bei mir hat auch gerade der stern ausgegangen also ist aber schock ein bisschen ab 2 ja ich würde nach einem boost hat geschockt okay ich bin jetzt noch ein paar linds noch alles drin der auf zwei hälte eine blaue oh mein gott hat riko ach doch ich war ganz scheiße zusammen ja bin jetzt 67 ein bisschen wild gerade nicht mehr wer hat jetzt nicht nur wer die grise angst hier hat niemand bei euch vorne ja da ist irgendwer das ist ja heute cutoff 9 2 2 lu kommt lu kommt ach ja oh nein wer hat die red geworfen ach man komm 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 wenn man einmal braucht gegner kommt da rein ach die red shell ohne die red wäre ich eins schade backspams bitte und sage noch beim letzten items und auch wenn man eine rote nach vorne schmeißen will bitte von wem auch immer die kamen keine ahnung die hat mich zerstört auf jeden fall naja who cares mario kart so schnell gedrückt gefett fingert auch halbwegs und so weit haben uns trotzdem ist also naja gegner top 3 5 hatten wir auch gelockt ja ja das war nicht vorgelagtes war schlechte kommunikation von uns aber scheint recht ausgeglichen zu sein ja wir hatten ja eben aufraten ja selben wächst du bitte mit mir ich gehe rechts kann zu links gehen viel start ich bin in der und jetzt in der wird selbst das kann sich gerne früher sagen das ist mein nächstes mal trade und dann ist das elf mach auch durch, mach auch durch Boah, die Bananen Und dass ich mal einen Stern eingesetzt hab? Ja, ja Da ist Gegner dabei, ne? Bist du noch einen Erefin? Ich bin oft Was haben die? Da kommt ein Green noch, oh mein Gott, unsicher zu werden Da hätte mir glaube ich nichts Einen Stern Äh, zwei hat Brett geschmeckt Ja, hab ein Trey Ich hab noch einen Red Mein Gott Naja Reds Banane vorne Seid ihr eigentlich beide da hinten? Ich bin auf 9 6 So, ich bin nochmal frei Ich hab aber keinen Trey Oh, die Banane voll verbreitet Ich hab jetzt Bananen draußen auf 5 Ich versuch's mal zu oben Ja, ich hab hintergeschaut Äh, ich hab einen Schock Geil sind dann Schock Okay, ich bin auf 1, deswegen Ich hab nochmal einen Trey Du meinst, wir sehen uns immer wie eine Feierflore Da hat jemand gerade einen Geistakon gekauft Hat jemand gerade einen Geistaktiviert Ich hab noch einen Geistaktiviert Ich gehör nur was zu kriegen Ich Ich du hast noch ein nix mehr ja noch ein kitzel nicht Ich hab gar keinen. Ich auch nicht. 3, 2, 1 Schock. Oh mein Gott! Das war ärgerlich. Ich hab nur Single-Item bekommen. Aber? Und wie war es? Und was war ärgerlich da vorne? 2, 4, 6... Nee nee, ich hab nur Single-Item bekommen leider. Also wir hätten den Schock einfach früher wieder einsetzen müssen. Ja, das war halt in der letzten Runde. Und das war schon 103 Anfang. 2, 4, 6, 8, 10... Nee, Rollo. Ähm... Was du die Kran kannst? Wieder große. Okay. Twisted? Ja. Ja. Willst du noch Schock von Jason? Alter Schwede. Ja, die knapp 9 oder so noch kommen lassen. Jetzt haben sie auch mal Streckengeschmack. Aber leider zu früh. Hm. Die hab ich heute früh T-T. Ah, beste Strecke im Spiel. Mit Jungle natürlich. Wir wissen nicht, dass das unsere Weinstrecke ist, Patrico. Sehr schön. Die ist auch schön. Leider kommt sie nicht. Ah, DC. Italiener. Also wir müssen Mapio, ähm, bremsen. Mapio. Eigentlich müssten wir einfach nur generell ein bisschen besser spielen. Mhm. Also... Oh, das sind alle ein bisschen aus dem Ding voll. Also... Nost meint dem Steam... Nost meint dem Steam schon, das wäre das Mi von Zad. Oh, so kann es... Ich gehe aufs ganz linke Item. Ja... Und hab ne Green Shiker, ey. Ja, ich sag's nur. Oh, ich hab dich gesehen. Ich hab 6. Achtung, der hat ne Red. Ah, okay. Da hatte ich gelagten. Green kommt von mir. Die von... Die von KTB Enden. Dabei, ähm, Dings. GF Double. Die Team killen sich. Bin 3. 1, 3. Ne, äh... Gegner. Gegner ist hinter dir, Lars. Ich bin da. Gegner ist hinter dir im Stern. Nehm am besten Double. Geht sogar, damit ich ihn renten kann. Hier ist nicht, Lars Double. Oh, der hat ne Hupe. Der hat ne Hupe auf 3. Der hat ne Hupe auf 3. Der auf 2 hat ne Hupe. Er wird dremmt. Passt auf. Der ist krank. Geht den... Geht den rechten Weg. Ich leg auf den linken ne Bombe. Blue Shiker, Cardi. Hab ihn geowned, hab ihn geowned. Blue kommt. Die Bombe! Die Bombe! Nix passiert. Er hat wie angekündigt, Patrigo. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber zu Speck gesehen. Hat er. Oh nein, mein Schum. Bin 1. Ich bin auf 2. Ich bin auf 2. Links, 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 links. Gegner hat ne Red auf 4. Oh, die Feierfall. Die Feierfall. Oh nein, 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 nein. Achtung, ja. Da kommt Feuer. Ja. Ist das Double? Jo. Achtung, Banane vom Double. Banane, ne Double. Äh, Gegner 2. Der hat ne Green Shell. Der hat ne Green Shell. Der hat die Rote auf 7. Gegner 2, 3. Der hat ne Green Shell. Ich versuch sie. Er hat sie geworfen. Achtung. Bin jetzt hinter dir. Das Double. Banane beim Double. Nimmst du Double? Ja. Okay, ich nehme Double, Double. Äh, Bananen. Doppel. Triple Greens auf 3. Vorsicht, kriegst du grad nicht weg. Vorsicht. Ich hole sie mal nach vorne. Alles klar. Top 2. Top 3. Top 4? Top 4 ist ja schon. Ja. Ah, auf Tristan das halt verlassen. Ja, nice. Nice ist dann. Da sind. Top 4. Achtung. Mapio wurde vorletzt. Okay, den haben wir jetzt. Äh, die erste. Vorrede. Okay. So, was nehmen wir dann? RBS. Okay. Ich muss auch mal wieder mehr spielen. Schnelle Runde. Ach, bitte kein Team. Weil ich möchte nochmal sicher gehen, man hört mich schon, ne? Ja, ja. Man hört mich. Weil ich habe bei Trikot so circa 3, 4 mal hintereinander gesagt, er soll mich vorbei lassen, damit ich den Gegner wegrennen kann. Das habe ich nicht gehört, wirklich nicht. Kein einziges Mal. Das war schwierig. Nach dem ersten, nach dem zweiten Itemkasten habe ich direkt angefangen. Ah. Darf ich euch nix mitbekommen? Gar nix. Darf ich euch nix mitbekommen? Gar nix. Ich fahr. Ich geh mal bergen. Nicht vor. Nimmst du ganz links? Ja. Oh, ich habe triple Bananen. Boah. Hab sie gesehen. Gegner ist 5. Ich lasse Double. Achso, da liegen Bananen. Oh, das ist echt cool. Oh, Gegner ist so. Ah, ich kann nicht mehr durchschen. Ich kann nicht mehr durchschen. Ich bin 6. Ich trade Bananen auf der Fall. Jetzt sind vielleicht Double Cut. Ist eigentlich noch jemand ganz hin? Ah. Achtung, ich komme über Cut. Der ist auf 2. Ich bin auf 7 jetzt. Ich bin jetzt 2. Gegner ist 1 mit ner Red natürlich. Ich bin vorbei. Oh, gut. Ich stehe bereit ins Zone. Oh, ich habe... Na gut. Die bringt mir grad nix. Last is to cut. Ich habe ne Blue nach dem Golden. Oh, okay. Nicht, 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 nicht. Ey. Die Blue. Ja, auf die Blue aufpassen. Oh, die Green. Oh, die Blue halten. Oder soll sie geschmissen werden? Triple Reds auf 9. Der Gegner ist jetzt auf jeden Fall noch... Ich glaube, Top 2? Nein, ich bin gerade 1 damit. Ja, schmeiß die an. Schmeißen, ja. Garson, du bist jetzt glaube ich hinter mir irgendwo, ne? Oh nein, die tritt mich nicht. Siehst du was? Ich habe einen Schock. Auf 11. Du oder sie? Ich. Und sie. Ich wollte gerade schauen, ob die auch einen haben. Aber die, wenn man ihn gesehen haben und geschockt haben. Ja. Achtung. Man denkt dann keine Wette. Nicht den Stern auf die Wette. Gegner ist 1. Versuchen wir mal zu green. Komm, 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 komm. Die Green ist noch heiß. Oh, wo kommt die jetzt her? Nein, die Banane. Nein. Ich bin auf 4. Ich bin auf 4. Egal. Boah, dann kommt die Green back. Boah, die Green, Alter. Leck und mir auch. Na klar, kriegst du jetzt. Ich kann gleich die zacken Rollung. Ich bin 6. Der Gegner hat füttel Green noch. Ich räum auf. Sehr gut. Ich ziehe Double Cut auf 6. Ich habe noch einen Shroom. Nein. Ich werde auf 10 gewertet. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ah, schade. 3. Oh Mist. Ich bin weggedrückt. Puh. Hast du da einen Shroom zu früh eingesetzt, Bea, oder was war los? Ich bin an dem Abgrund nicht weiter hochgekommen und dann hast du mich nachher da im Cut weggedrückt. Ich? Das ist nur, weil ich zu Zoom bin, zu einem Drift. 2, 5, 6, 8, 9, 11. Muss man aber anschauen. Alles. Ich habe dich zwar gesehen, aber ich bin gut. Du warst rechts von mir in diesem Cut und hast mich dann gegen den Käse-Stück links, also Käse-Wand. What the fuck. Ja, da schau ich wieder einmal an, bitte. Egal. Dolphin vielleicht? Ja, ja. Dolphin ist auch nicht immer gut. Hat er schon wieder DC? Na, gleich mal schauen. Ach ne, nicht die. Irgendjemand mag doch die von uns. Wer ist denn das? Hm, der Rollo. Also Rollo, 1, let's go. Ich kann die Frontrunnen noch. Ja, go. Kämpfe dich noch vorne und dann Ronne. Ja, bis da vorne und dann Ronne. Ja, bis da vorne und dann Ronne. Ich muss erst mal vorkommen, ja. Das ist nicht so leicht, wie zu sagen. Ja. Oh, die sind auch vorne die Apfel. Ja, deswegen haben sie auch gewählt. Ah, das ist schlau, oder? Ja. Das ergibt Sinn, ne? Was? Da sind, das ist schlau, oder? Oh, der hat ne rote. Ah, das ist schlau. Da sind die 5. Das sind die 6. 啊, nö, nicht mehr. Da sind die 6. Äh, 2, 3, 4. top 3 top 3 ich habe eine green show auf drei draußen das wasserschiff der hand und leiden ja ja kann ich haben haben und ein ja die haben mich die haben mich gegner ist drei die haben noch eine bombe passt auf haben sie auch noch vorsicht oder nicht werden wir haben irgendwo gelandet wer auch immer die redschecke backspinnt sehr gut ja ich habe ein eiskalmisch top 4 top hier und eine pflanze mein gott und ja man so eine scheiße spammt die man greens vor sieben ich wollte die banane los werden um die minze dann erst mein auto zu haben und da bin ich einfach ja das passt hauptsache ist also ich meine es war halt am ende wirklich unangenehm weil du hart nach außen gefahren bist und ich habe außen gefahren um dich innen vorbeizulassen müssen die anderen vier nur hinten halten die hamburg 4 diese eine modisierte wahrscheinlich auch nicht viele punkte ein bisschen besser miteinander team 1 2 5 6 8 10 vulkan das habe ich ja gerade sagen wollen so ich meine jason ist vorne warum nehme ich einfach rücker jan der weiß gerade soziale kompetenz was ganz was neues das ist wirklich ganz dafür rolle sollte das nichts neues sein das ist das war das ist ja schon sexy wenn jetzt auch dran käme ich habe ich weiß nicht wieso aber mit dem was habe ich irgendwie kein bock auf welcher position darf ich eins oder zwei seien lassen kannst du ja ich fahr auf mal sehen wer die kleins bekommen lassen gegner ist aber kann es ganz nicht immerhin ein bisschen besser fahren 23 234 ist irgendeiner hinten von 2 hat jemand ein ghost von uns ich werde ihn ich habe den jahren ich komme jetzt von kopf 1 1 1 1 1 ja ich bin doch ein bisschen zwei jassen Ok, mein Green ist weg. Ich bin auf 2 momentan auch. Ich gehe auf Double. Nicht mehr 2, nicht mehr 2. Ok, Bombe auf 1, ich Backstorm. Ja, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ja, nice. Ich bin auf 1. Triple Greens auf 5. Ja, der wird gleich Cut ziehen. Komm mit ein Billian. Ja, Triple Greens auf 4. Gegner ist 1. Ich bin hinter dir, ja. Kann ich krabbeln? Gegner ist hinter dir mit einem Red. Ja. Ja, die hat mich da gemessen als Gegner. Ja, noch eine rote auf 4. Hab gedodged. Ok. Mann. Jetzt will ich das Ding auch über die Ziellinie bringen. 1. Danke. Gott sei Dank hat der Dodge geklappt, ey. Ah, jetzt wäre ich pisst gewesen. Puh. So. Nice. Scheiße, 2, 3, 4. 7, 8, 9. Ah, es ist relativ. Wir haben aber immerhin noch die 1. Ja. Ne, ich mein, wir haben das Zusammenspiel gerade am Schluss mit. Ich hab den 1 weggesternt und du bist ihn durchgezogen. Ja, genau. Aber sexy. So, wenn ein Elf sind wir jetzt. Ab in den Dschungel. Let's go. Jetzt hoffentlich noch 2 sexy Strecken, dann passt's. Hm, was spielen wir? Der Dschungel. Der Dschungel. Also, ich kann nur sagen, ich hab am Ende viele stehen bleiben sehen, war ich da schuld oder... Ich mein, ich hatte nur Sterne, aber ich bin einfach durchgeraßen zu können. weil viele Items einfach nicht angesagt. Auch wenn die Gegner Items legen, unbedingt ansehen. Wenn einer, wenn, 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 wenn ein Maid, sag ich mal, auf 9 oder 10 ist und die, davor die Gegner oder auch bei 3 oder 4, dass das einfach mal, ähm angesagt wird, was der Gegner hat. Ja, das ist wichtig. Sehr wichtig. Das muss man echt noch ins Repertoire einhauchen. Ja. Ach, ich muss. Einfach nur in Moist. Goldmine. Ich bin schon, ich bin schon. Oh mein Gott. Wachtung, Bombs. Ich hab ein Fisch von 1 auf 11. Ja. Ich hab eine Brübelbananen. Hinter listeners, wir haben eine rote hier, die Auff cesen. Die Auffe und Auffe und Auffe. Ich hab keine genügend, drei. Ja, was hier? Was hier? Was hier, hab ich? Ja, das war doch das jetzt? Da ist ja noch hin. Oh nein. Ach die Auffe, die Auffe und Auffe und Auffe und Auffe. Auch die Auffe und Auffe und Auffe und Auffe. Oh nein, ach Gott. Oh nein, wir sind ja gleich in der Reds. die gegner sind hat alles hinter uns botten da ist gerade 12 er hat triple greens hinter uns ja ich habe auch gewähnt auch uns ja ab und bin im stern ja wo bist du gleich bei mir wo bist du genau genommen okay gut okay ich schwörde ich würde auf 8 oh ich hab einen Stern auf 3 ich würde auch 8 oh mein Gott die ganze 2 mal zum Spieler ich bin weg ich bin weg ich hab 5 Minis auf 10 Wer sind einer nehmen Achtung 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 ich bin im Stern auf 2 gegner auf Fireflow auf 8 Also ich dachte eigentlich, man hätte eindeutig gesehen, dass ich links geblieben bin, aber hey. Ah, Triple Reds of 3, oder? Ich bin A9. Die Gegner ist im Stern auf 8, Vorsicht. Am besten nicht, solange eure Sterne oder so halten. Da ist noch einer im Stern. Ich muss den Schock oder so was haben. Ja, ich sehe keinen Schock hier, ich bin 12.000 lang. Ich hab ihn. Oh, Triple Reds of 10. Voll die auf 10. Aber die Gegner hält der Backspam oder auch nicht. Wo ist das denn? Feuer auf 10. Hast du noch die Triple Reds? Ja, zwei davon. Zieh vorbei. Halte Stern auf 8. Sind dahinter? Hä? Oh, sorry. Ja, ich hab abgebremst, um Runde vorzulassen mit den Triple Reds. Von mir warst du bald genug weg, deswegen. Gegner hat Blu geschmissen. Ich bin im Stern auf 6. Runde vorn nach vorne. Ja, ich zieh mit dem Bild nach vorne, Patrico, pass auf. Jo, Runde vorn. Da sind noch im Stern. Ach, gut. 3, 4, 5. Ach ja. Sorry, dass ich dich noch am Ende gerammt hab, Naas. Ich hab was mit denen an dir vorbeifahren. Also rausgefahren. Tut mir leid, Yasin. Ich hab gedacht, du hättest es mitbekommen. Ja, ich hab gesehen, dass du Triple Reds aus. Aber ich war deswegen rechts geblieben. Und ich war... Okay, ich war ja links. Ja, und deswegen. Richtig komisch. Ich dachte deswegen, vielleicht war ich von uns anderem betroffen worden. Ich muss sehr kurz abbremsen, um Rollo vorzulassen mit dem Triple Reds. Ja, das hab ich alles gesehen, deswegen hab ich ja auch rechts gehalten. Ja. Komisch. Metro. Jo. Letztes Rennen schon, oder was? Metro. Letztes Rennen. Schnell wie nix. Ey, also... Last round. Jo. Schnelle Rundel. Ähm. Welche Map nochmal? Ähm, Marius Metro. Wann kriegt man das raus, ob das Zadlo ist? Ähm, also laut Nuss, er denkt halt auch, dass es... Er hat mir geschrieben, das ist Zadlo, er hat den Flash angeschrieben, ich weiß es nicht. Zadlo ist es nicht dieser... Er ist Italiener von Team A, ist ja Leader von Team A sogar. Drum, ja genau, drum. Mii hat ihm halt zu viel Ähnlichkeit geschenkt und ähm, ja das hat, ist Nuss aufgefahren, deswegen hab ich schon nachgefahren. Ähm, das ist Mariona. Ja. Ja. Deswegen. Das wär echt die jämmerliche... Naja, ist ja nicht wild. Ein Team bringt halt Null, wenn sie mit Ellie spielen. Richtig. Von daher sollten wir uns da weniger Gedanken haben. Wäre ja nix sagen, aber für'n Ellie spielt er gar nicht mal so hart, Carrie-mäßig. Also ich hab doch ein Schlimmeres gehabt, wenn wir da lebt. Ja, klar. Ich geh durch die Mine. Ich geh durch die Mine. Wir sind auf sieben. Sechs. Komm, komm. Sechs. Selbst auf acht. Ich bin auf zwei. Ich bin vier. Zwei, drei, vier. Wer left ihn da vorn. So, ich komm hinter euch. Ich bin ja und Lars. Ich schneide ihn. Ich hab'n Feuerblume. Was sind das denn? Oh, der hat eine Banane gehabt. Dann fahr' mal vorbei, ne? Lars, kommst vorbei, ich hab ne Wird. Ich hab's gar kein Gabel genommen. Ja, ja, ich hab'n Hüter. Das hast du mich erwischt, ne? Ja, ja, ich hab'n Hüter. Ich nehm'n Cut, hab'n Abkräfte, Banane. Ich dachte, Patrick, du wärst vor mir deswegen. Na, na, ich hab'n Cret-Abbremsel, wobei-könnt. Ich wollte die mit den Shels bisschen erheben. Uuuhuhu да... Nachste ihn getroffen! Jemand hat ne Wurge zu sagen, ne? Ich hab'n's gut.. Na, na, wauwauwauwauwauwau quanto rück Sea'n hamault. Haben die irgendwas? Ich kann dich. Überhol dich. Banane nach der Brücke, rechts. Also... ja. Dann hab ich schon mal.. Ich hab'n heut' mich. er hat auch einen schock also so ist jetzt nicht mehr der hat sie will jetzt auf hier hatten wir haben wir dann auch ab und dann auf sieben ja 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 ich hab selber ein schock ja sehr schön vor allen dingen patrick vorbei im bild sechs sechs wenn du die rollo kann auf zwei achtung zu den rechts jahren also ich der vorminor gegner deswegen zieht man will mit 1 mit das ist ja blöd rollo ich lasst aber ich danke kann ich dabei nehmen jassen auch nein ich bin das im geist oder haben wir noch was besseres ich hab gleich der piranha hinter uns 7 sind alles wie vor die achte da sind wir jetzt aber doch sexy ja schönes rennen das sieht ganz knapp aus als hätten wir bauen sie müssen wir noch die punkte der kriegt die restlichen punkte dann aber ich mache